hey leute hier mittagessen mit wir fahren heute nach karlack von waren wir eigentlich nach konzitamara wir brauchen circa fünf und eine halbe stunden wir sind sie eben nirgendwo und diese lady da hinten spricht besser englisch als manche leute im touristgebiet gibt es leckeres topf essen ich habe keine ahnung was ich habe aber das sieht unglaublich lecker aus gemüse leon 5 fleißig also gibt es wasser das werden uns erstmal gönnen leute bis später hallo leute hier aus dem schönen kaulack wir sind hier am namtrip waterfall schaut euch den mal an zwar nicht viel wasser aber es kommt nicht so viel runter ist jedoch trotzdem wunderschön da hinten ist der gulen da ist leon mein alter kommilitone aus paris was eine wunderschöne natur schaut euch mal an die sind umgeben umgeben von bäume büsche tiere alles hier von da hinten sind wir hochgekommen der weg ist gar nicht mal so ohne aber mit flipflops schafft ihr das auch das wasser ist extrem angenehm also kühl wir sind mit dem roller her gekommen ihr zahlt 20 part gebühren und mit dem auto sind es ein bisschen mehr und lohnt es hierher zu kommen leon falls ihr es nicht gehört habt er sagt ja wir werden gleich wieder zurückgehen heute abend müssen wir den roller abgeben wir werden kleinigkeit essen und ausruhen und morgen früh geht es weiter nach puket mal schauen wie puket in der offseason saison saison ist also wir treffen uns hier auch bei 4 p.m. und vor allem ein ciao ciao giao 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 Einen schönen guten Abend hier auf dem schönen Phuket, wir sind hier auf dem Bansan Night Market, Patong, und Leute, habt ihr schon mal so einen riesen Rotti gesehen, das ist der größte Rotti, den ich jemals gesehen habe, und er bereitet den Teig vor, habt ihr gerade gesehen, sehr artistisch, sehr sehr schön, der Bansan Night Market hat sich ein bisschen verändert, die haben jetzt hier in der Mitte einen Kanal gelegt, die Flände sind ein bisschen weniger geworden, bauen aber schon relativ ab, so wie immer, das Rohr oben hat auch geöffnet, Oh, das sieht lecker aus, dann kommt gleich die nächste Show, vielleicht geht es wieder los, schaut euch das mal an, wie ihr hier losgeht, In der Art wieder bis zum Lachen. Easy peasy, naja, ich werde jetzt gleich mal von Rotti und dann geht es weiter, eventuell ins Hotel oder woanders hin, bis dann, ciao ciao. Musik Untertitelung des ZDF, 2020